Der Teufel und die gefallenen Engel Zusätzlich zu jenen Wesen, die uns helfen und für uns sorgen, gibt es andere, die unsere größten Feinde sind. Es ist fast unmöglich, die Geschichte der Menschheit zu verstehen, ohne in Betracht zu ziehen, was uns die Bibel über diese gefallenen oder bösen Engel zu sagen hat. Ohne Kenntnis hierüber können wir nicht erwarten, den Menschen, so wie er heute ist, zu verstehen. Ebenso auch nicht die Welt. Bestimmt ist dies eine höchst praktische Lehre, wenn man sie vom Standpunkt der persönlichen Erfahrung des einzelnen Christen betrachtet. Als Pastor habe ich das Vorrecht, mit vielen Menschen zu sprechen und ihnen in ihrem persönlichen Glaubenskampf und ihren persönlichen Problemen zu helfen. Dabei mache ich mehr und mehr die Erfahrung, dass der Grund für viele Schwierigkeiten sehr oft darin zu finden ist, dass sich solche Christen jener Kräfte nicht bewusst sind, die sich ihnen entgegenstellen. Sehr oft habe ich mit Leuten zu tun, die zu einem Psychologen oder Psychoanalytiker oder jemand ähnlichem geschickt wurden und deren Problem sehr oft einfach darin bestand, dass sie vom Teufel bedrängt und angegriffen wurden, ohne sich dessen bewusst zu sein. Eine Behandlung und Heilung geschieht nun im Wesentlichen dadurch, dass sie über diese Sachverhalte aufgeklärt werden. Man muss ihnen helfen zu erkennen, dass das, was sie sich selbst, ihrer persönlichen Sünde und ihrem Versagen, vielleicht sogar einer Geisteskrankheit zugeschrieben haben, in Wirklichkeit allein diesem mächtigen Gegenspieler zuzuschreiben ist, der in der Bibel als Teufel bezeichnet wird. Es mag äußerst tröstlich und erleichternd sein, die biblische Lehre vom Teufel und seinen Engeln zu verstehen. Also lassen Sie uns diese Lehre betrachten, so wie sie sich in der Bibel entfaltet, und wir beginnen sogleich mit demjenigen, der als der Teufel bezeichnet wird. Es handelt sich um jemand, der vom Anfang bis zum Ende der Bibel erwähnt wird, vom ersten Buch Mose an bis zur Offenbarung. Lassen Sie uns zunächst ein paar der Namen betrachten, die ihm in den Schriften gegeben werden. Er wird Satan genannt. Und das Wort Satan bedeutet Widersacher. Außerdem wird er als der Teufel bezeichnet, was Verleumder bedeutet. Ein anderer Name ist Belzebub, was so viel heißt wie Fürst der Dämonen. Ferner heißt er Apollyon und der Engel des Abgrundes. Fürst dieser Welt und der Gott dieser Welt lautet eine andere Bezeichnung. Er wird beschrieben als der Fürst der Gewalt der Luft, des Geistes, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Epheser 2, Vers 2 Oder auch als der Trache, als ein Löwe, als Luzifer, die alte Schlange, oder als, dies ist wohl einer der bezeichnendsten Namen von allen, der Böse. Wenn wir beten, so sagen einige, errette uns von dem Bösen, dann sollte sie das von dem Bösen im Sinne einer Person, der Böse, und nicht einer neutralen Macht, das Böse, verstanden werden. Und wenn Johannes im letzten Kapitel seines Briefes sagt, dass die ganze Welt in dem Bösen liegt, dann meint er mit dem Bösen ohne Zweifel eine Person. Dasselbe gilt für Johannes 17, wo unser Herr im hohe priesterlichen Gebet sagt, ich bitte dich nicht, dass du sie aus der Welt wegnimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Auch dort ist eine Person gemeint. Der Böse ist ein äußerst wichtiger Begriff. In der heutigen Zeit ist es äußerst wichtig, dies zu betonen. Denn seit mindestens einem Jahrhundert ist es Sitte geworden, an den Teufel nicht als eine Person zu glauben. Das trifft nicht nur auf Ungläubige zu, sondern auch auf viele, die Christen wurden. Sie sagen, dass sie an die Kraft des Bösen glauben oder an einen bösen Einfluss oder an eine Art Mangel in uns. Sie werden das Gefühl nicht los, dass man sehr der Zeit hinterherhinkt, wenn man an einen personalen Teufel glaubt. Aber das ist gänzlich unbiblisch, denn die Bibel lehrt uns, wie ich Ihnen zeigen werde, dass der Teufel eine Person ist. Für mich persönlich gibt es einen Beweis, der an und für sich mehr als ausreichend ist. Und zwar bei den Versuchungen unseres Herrn, von denen uns in den Evangelien berichtet wird. Es ist ganz offensichtlich, dass die Versuchungen unseres Herrn von irgendwoher kamen. Wenn Leute nun sagen, dass die Versuchung zum Bösen etwas ist, was allein aus dem Inneren kommt, von einem bestimmten Mangel an Kraft oder positiven Eigenschaften in uns, dann haben sie keine Erklärung für die Versuchungen unseres Herrn anzubieten. Es war eine Person, die unseren Herrn versuchte, und unser Herr redete sie als solche an. Es war der Teufel, der zu ihm sprach, und er sprach zu dem Teufel. Lukas 4, die Verse 1 bis 13 Er sprach nicht zu einem Einfluss, sondern zu einer Person. Auch im Buch Hiob wird derselbe Sachverhalt sehr deutlich aufgezeigt. Der Teufel erscheint ganz klar als Person und spricht mit Gott. Und Gott spricht mit ihm. Das, was die Bibel lehrt, lässt daran keinerlei Zweifel. Unser Herr sagte einmal, als er sich an Juden wandte, die nicht an ihn als den Sohn Gottes glaubten, ihr habt den Teufel zum Vater, und die Begierden eures Vaters wollt ihr tun. Johannes 8, Vers 44 Wie oft finden wir den Ausdruck, der Böse. Dann kommt der Böse. Matthäus 13, Vers 19 Und dieser Ausdruck, lassen Sie mich das erneut betonen, ist sehr bezeichnend. In der Tat setzt der Gebrauch all dieser Namen, die dem Teufel gegeben werden, voraus, dass er eine Person ist. Ich will hier nicht näher darauf eingehen, aber Sie merken sicher schon, dass es bei Irrlehren immer eine gewisse Parallelität gibt. Als wir uns mit der Lehre von Gott beschäftigt haben, mussten wir darauf hinweisen, dass Gott eine Person ist, weil Menschen versucht haben, Gott als eine Art Macht oder Energie zu beschreiben. Wie Sie sehen, ist derselbe Fehler hinsichtlich des Bösen gemacht worden. Was auf den Teufel zutrifft, trifft ebenso auf die zu, die ihm nachfolgen. Auf jene, die böse Geister, Dämonen oder gefallene Engel genannt werden. Sie erinnern sich zum Beispiel an das Gespräch zwischen unserem Herrn und der Legion von Dämonen, die von dem armen Mann von Gadara Besitz ergriffen hatten. Sie sprachen mit unserem Herrn und richteten eine Bitte an ihn. Sie sagten nicht nur, mein Name ist Legion, sondern baten darum, dass er ihnen erlaube, in die Schweine zu fahren. Wieder ein Zeichen dafür, dass sie unabhängige Persönlichkeiten sind. Wir müssen also begreifen, dass wir nicht nur mit der Sünde in uns und mit dem Bösen unserer Natur als Ergebnis des Sündenfalls zu tun haben. Wir sind zusätzlich mit einer Person außerhalb unserer selbst konfrontiert. Diese Person will uns zur Strecke bringen. Sie hat ein Königreich, über das sie herrscht und das bestens organisiert ist. Diese Person hat nur ein großes Anliegen, das Werk Gottes zu zerstören. Wir haben bereits die bedeutende Aussage in Epheser 6, Vers 12 erwähnt. Gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis. Das ist das organisierte Königreich Satans, des Bösen. Dann haben wir natürlich ganz am Anfang der Menschheitsgeschichte in den ersten Kapiteln des ersten Buches Mose einen positiven Beweis dafür, dass der Teufel eine Person ist. Denn er kam und versuchte Eva und verursachte den Sündenfall. Wenn sie einen weiteren Beweis haben wollen, dann weise ich sie darauf hin, dass der Begriff Heiliger Geist, der eine Person bezeichnet, auch auf das Gegenteil schließen lässt, nämlich auf einen bösen Geist. Der Böse muss demnach auch eine Person sein. Eine Person, die alles, was Gott tut, verfälscht. Diese Tatsache sollten wir niemals vergessen. Es ist von entscheidender Wichtigkeit zu begreifen, dass diese Person dem Königreich Gottes und seines Christus und allem, was dazugehört, gegenübersteht. Als nächstes müssen wir auf eine sehr wichtige und schwierige Frage zu sprechen kommen. Wo hat der Teufel seinen Ursprung? Die Bibel nimmt die Existenz und Persönlichkeit des Teufels ernst. Nun, in der Bibel wird uns nicht viel darüber mitgeteilt. Denn in der Bibel geht es in der Regel einfach darum, über den Teufel und seine Aktivitäten zu berichten. Die Herkunft des Teufels scheint im ersten Buch Mose einfach vorausgesetzt zu werden. Doch glaube ich, dass wenig Zweifel daran besteht, dass wir in Hesekiel 28, die Verse 11 bis 19, einen Bericht über den Teufel vorfinden. Es ist eindeutig zu erkennen, dass das gesamte Kapitel von zwei Personen handelt. Die erste Person ist der König von Tyrus. Aber bestimmte Aussagen in den Versen 11 bis 19 sind ganz offensichtlich nicht bezeichnet für ein menschliches Wesen. Sie gehen darüber hinaus und weisen auf etwas Höheres hin. Das ist typisch für die Heilige Schrift. Wir sehen dies in den Prophetien, die sich auf das Kommen des Herrn Jesus Christus beziehen. Derartige Prophetien haben häufig eine doppelte Bedeutung. Sie beziehen sich zum Teil auf irgendeinen König oder Prinzen, aber darüber hinaus enthalten sie einen weitergehenden Hinweis auf den Messias. Beispiele hierfür gibt es viele, zum Beispiel in den Prophetien des Jesaja, sowie in anderen. Die Prophetie hat, wie gesagt, zum einen einen unmittelbaren Bezug, aber darin enthaltend und darüber hinausgehend einen in ferner Zukunft liegenden. Und hier in Hesekiel, so scheint mir, finden wir genau dasselbe vor. Diese Verse würden sich dann auf Satan und seine Herkunft beziehen. Dieser Abschnitt enthält bestimmte Dinge, die wir hervorheben müssen. Das Erste, was uns über den Satan mitgeteilt wird, ist, dass er geschaffen wurde. Arbeit in Gold waren deine Ohrringe und deine Perlen an dir. Am Tag, als du geschaffen wurdest, wurden sie bereitet. Hesekiel 28, Vers 13 Vollkommen warst du in deinen Wegen von dem Tag an, als du geschaffen wurdest, bis sich Unrecht an dir fand. Vers 15 Der Teufel hat nicht von Ewigkeit her existiert. Er ist kein ewiges, sondern ein geschaffenes Wesen. Es hat eine Zeit in der Geschichte der Gemeinde Jesu gegeben, in der dies sehr nachdrücklich betont werden musste, weil es solche gab, die lehrten, dass das Böse ewig sei, dass der Teufel ewig sei und dass es zwei Götter gebe, den guten und den bösen Gott. Aber das ist eine unbiblische Lehre. Der Teufel ist nicht ewig. Er ist von Gott geschaffen. Und nicht nur das. Wir erfahren, dass er große Macht und Fähigkeit hatte. Sie lesen das in Vers 12. Du warst das vollendete Siegel, voller Weisheit und vollendet an Schönheit. So war der Teufel, als er von Gott geschaffen wurde. Er schien die Vollkommenheit zu verkörpern. Er wird außerdem beschrieben als der geseibte Cherub, der beschirmt. Vers 14 Das ist eine sehr signifikante Aussage. Der geseibte Cherub. Sie erinnern sich, wie wir im letzten Kapitel in der einleitenden Betrachtung der Engel darauf hingewiesen hatten, dass die Cherubim zweifellos die höchste Wesensform darstellen. Ihre Aufgabe ist es, Gott anzubeten und ihm die Verehrung des gesamten Universums darzubringen. Sie erkennen das bei den vier Tieren, den lebendigen Wesen in Offenbarung 4. Sie repräsentieren den Menschen, der Gott anbetet und darum das gesamte Universum, das Gott anbetet. Hier scheinen wir nun einen Hinweis darauf zu haben, dass der Teufel ursprünglich von Gott als der geseibte Cherub geschaffen worden war, als der Anführer aller Cherubim. Die Vermutung ist, und es ist nur eine Vermutung, dass Gott ihn, als er ihn schuf, dazu auserkoren hatte, sozusagen das gesamte Universum in seinem Lobpreis seiner Anbetung und Verehrung zu repräsentieren. Er war der geseibte Cherub. Dieser Cherub, der beschirmt. Erinnert uns das nicht an die Bundeslade, beschirmt durch die Flügel der Cherubim, noch immer erfüllt mit dem Gedanken der Anbetung und Verehrung? Es gibt viel in der Schrift, was einen zu der Schlussfolgerung führt, dass der Teufel das strahlendste aller Engelwesen war, wenn man die überlegene Stellung bedenkt, die er innehatte, in der er Gott als das Haupt des gesamten geschaffenen Universums Anbetung und Verehrung entgegenbrachte. Es wird uns auch gesagt, dass er in Eden, dem Garten Gottes war. Hesekiel 28, Vers 13 Doch wir haben keinen Hinweis auf seine Anwesenheit im Garten Eden, als er Eva und Adam versuchte. Denn die Beschreibung dieses Eden, dem Garten Gottes, stimmt überhaupt nicht mit der Beschreibung im ersten Mose überein. Wir lesen von einem Eden, das weniger durch Früchte als vielmehr durch wertvolle Steine charakterisiert wird. Und in Vers 13 wird uns eine Auflistung dieser Steine gegeben. Nun haben gottesfürchtige Männer nach dem Lesen dieses Abschnittes darüber nachgedacht und haben vielleicht ein wenig spekuliert und eine Erklärung vorgeschlagen, die sich nicht beweisen lässt. Aber ich spreche über sie, weil es wert ist, erwähnt zu werden und weil es mir scheint, dass einiges für diese spricht. Die Vermutung ist, dass der Teufel und seine Engel bei der ursprünglichen Erschaffung der Welt anwesend waren und dass ein Unglück geschah, als er und seine Engel fielen. Dieses Unglück stürzte die erste Welt in einen Zustand, in dem sie wüst und leer war und machte die Schöpfung notwendig, die im ersten Kapitel von 1. Mose beschrieben wird. In Vers 15 wird uns mitgeteilt, dass der Teufel vollkommen in allen seinen Wegen war, aber dass er diesen ersten Zustand leider nicht beibehielt. Vollkommen warst du in deinen Wegen von dem Tag, als du geschaffen wurdest, bis ich Unrecht an dir fand. Dann lesen wir in Vers 17, dein Herz wollte hoch hinaus wegen deiner Schönheit, du hast deine Weisheit zunichte gemacht um deines Glanzes willen. Dieses strahlende, herrliche Engelwesen war vollkommen an Schönheit, doch es erhob sich und wurde verzerrt von Stolz. Anstatt an Betung und Verehrung Gott zukommen zu lassen, begehrte es, selbst angebetet zu werden und Gott gleich zu sein. So erhob es sich selbst gegen Gott, sündigte gegen Gott und wurde niedergeworfen und verbannt. Das scheint die biblische Lehre in Hesekiel 28 zu sein und in Jesaja 14 finden wir etwas Ähnliches. In den Versen 12 bis 15 lesen wir, Wie bist du vom Himmel gefallen, du Glanzstern, Sohn der Morgenröte? Wie bist du zu Boden geschmettert, Überwältiger der Nation? Und du, du sagtest in deinem Herzen, zum Himmel will ich hinaufsteigen, hoch über den Sternen Gottes meinen Thron aufrichten und mich niedersetzen auf den Versammlungsberg im äußersten Norden. Ich will hinaufsteigen auf Wolkenhöhen, dem Höchsten mich gleich machen. Doch in den Scheol wirst du hinabgestürzt, in die tiefste Grube. Das ist zweifellos ein Hinweis auf denselben Tatbestand. Nun werden sie bemerken, dass die Bibel uns nicht mitteilt, wie all das möglich war. Sie erklärt uns nicht, wie all diese Gedanken jemals in das Herz Satans Einlass fanden. Sie sagt uns nur, dass sie es taten. Die Bibel liefert uns keine Erklärung für den letztendlichen Ursprung des Bösen. Und ich weise sie deshalb darauf hin, dass sie sich eines Mangels an Glauben schuldig machen, wenn sie auch nur eine Sekunde ihrer Zeit damit verschwenden, darüber zu spekulieren. Denn Glaube bedeutet, mit der Offenbarung zufrieden zu sein, die uns gegeben ist. Es ist zu hoch für uns. Wir können es nicht verstehen. Theologen haben spekuliert und gesagt, dass der Teufel, weil er vollkommen gewesen ist, auch vollkommen frei gewesen sein muss. Und vollkommene Freiheit beinhalte in sich selbst die Möglichkeit, sich gegen Gott zu entscheiden. Nun gut, aber das scheint mir immer noch nicht den letztendlichen Ursprung des Bösen zu erklären. Alles, was wir wissen, ist, dass der Teufel geschaffen war. Dann kam Sünde in sein Herz, er rebellierte gegen Gott und wurde verworfen. Was wissen wir darüber hinaus über ihn? Nun, es wird uns eine ganze Menge über seine Macht mitgeteilt. Und was wir darüber lernen, überrascht uns nicht, wenn wir berücksichtigen, was wir über seine Herkunft mitgeteilt bekommen haben. Petrus sagt uns, dass der Teufel wie ein prüllender Löwe ist. 1. Petrus 5, Vers 8 Er wird beschrieben als Leviathan, Jesaja 27, Vers 1 Und an mehreren Stellen in der Offenbarung als der Trache. Ich frage mich, ob Ihnen, wenn Sie durch die Bibel gegangen sind, jemals aufgefallen ist, dass Sie uns die Vermutung nahelegt, dass die Macht des Teufels sogar größer ist als die des Erzengels? In Judas 9 lesen wir, Michael, der Erzengel, wagte nicht, als er mit dem Teufel stritt und Wortwechsel um den Leib Mose hatte, ein lästerndes Urteil zu fällen, sondern sprach, der Herr schelte dich. Selbst Michael, der Erzengel, spricht auf diese Weise mit dem Teufel. Er wagte nicht, ein lästerndes Urteil zu fällen. Er behandelt ihn nicht geringschätzig, als wäre er ein Nichts. Selbst Michael sagt, der Herr schelte dich. Denselben Hinweis finden wir in 2. Petrus 2, die Verse 10 bis 11. Es gibt überhaupt keinen Zweifel daran, dass die Macht des Teufels größer ist als menschliche Macht. Unser Herr selbst beschrieb Satan als Sie werden sich erinnern, dass der Teufel so stark ist, dass er fähig ist, unsere Körper zu beeinflussen. Sie erinnern sich, was er Hiob antat? Und Petrus teilt uns mit, dass unser Herr umherging und wohltat und alle heilte, die von dem Teufel überwältigt waren. Apostelgeschichte 10, Vers 38. Und dann denken Sie an das, was Paulus uns über sich selbst und den Engel Satans sagt, der gesandt war, um ihn zu schlagen. 2. Korinther 12, Vers 7. Ja, der Teufel kann auf unseren Körper einwirken und ihn beeinflussen. Was ist sein Status? Er wird beschrieben als der Gott dieser Welt. 2. Korinther 4, Vers 4. Er ist der Fürst der Macht der Luft. Epheser 2, Vers 2. Er ist der Böse, die Konzentration des Bösen. Alles Böse ist gleichermaßen konzentriert in ihm. Er ist der Anführer und alles Böse scheint von ihm auszugehen. In der Tat sagt uns die Schrift, dass er derjenige ist, der die Macht hatte, über den Tod Kontrolle auszuüben. Hebräer 2, Vers 14. Und in Matthäus 25, Vers 41 lesen wir, dass unser Herr auf den Teufel und seine Engel hinweist und erneut deutlich macht, dass dieser mächtig ist. Ich betone das alles aus folgendem Grund. Wenn es eine Lektion gibt, die wir vor allen anderen aus dieser Betrachtung ziehen sollten, dann doch wohl die, dass wir niemals leichtfertig und respektlos über den Teufel sprechen sollten. Ich bin oft entsetzt, wenn ich Christen scherzhaft über den Teufel reden höre. Die Bibel spricht niemals in einer flapsigen und respektlosen Weise über ihn. Sie betont seine Macht, seinen Status. Aber dennoch, lassen Sie mich dies schnell anfügen. Seine Macht ist begrenzt. Er ist nicht allmächtig. Im ersten Kapitel des Buches Hiob wird uns berichtet, dass Gott dem Teufel sozusagen die Erlaubnis gab, Hiob bestimmte Dinge anzutun. Aber Gott setzte eine sehr klare Grenze, die der Teufel nicht überschreiten durfte. An diesem Punkt treffen wir jedoch auf ein Geheimnis. Schlussendlich handelt der Teufel innerhalb der Macht Gottes, obwohl die Bibel ziemlich klar lehrt, dass Gott dem Teufel aus einem für uns unerfindlichen Grund einen bestimmten Status und eine bestimmte Position einzuräumen scheint. Er erlaubt ihm, bestimmte Dinge zu tun und entsprechende Namen und Kennzeichen werden ihm zugeschrieben. Gott hat dem Teufel in seiner ewigen Weisheit erlaubt, ein bestimmtes Maß an Macht bis zum Ende beizubehalten. Und doch ist diese Macht letztlich unter Gottes Kontrolle. Es ist sein zulassender Wille, der dies erlaubt, und dem Teufel ist es, wie in Hiobs Fall, nur gestattet, so weit zu gehen und nicht weiter. Hiob 1, Vers 12 und Hiob 2, Vers 6. Wo existiert der Teufel? Was ist sein Aufenthaltsort? Wo arbeitet er? Nun, wir lesen an vielen Stellen, dass er in den Himmeln wohnt. Er ist der Mächtige, der in der Luft herrscht. Epheser 2, Vers 1 nach der Luther 84. Und doch lesen wir von seinem Durchstreifen der Erde und vom Umherwandeln auf ihr. Hiob 1, Vers 7. Das wiederum ist ein wichtiger Punkt und für mich ein sehr tröstlicher. Der Teufel ist, weil er ein geschaffenes Wesen und endlich ist, begrenzt und kann deshalb nur an einem Ort zur selben Zeit sein. Weil er aber ein Betrüger ist und so viele Abgesandte hat und weil er durch seine Helfer überall repräsentiert wird, täuscht er uns und macht uns glauben, er sei überall zur selben Zeit. Aber das kann er nicht. Er ist nicht allgegenwärtig. Was ist der Charakter des Teufels? Die Dinge, die ihn in erster Linie charakterisieren, sind sein Stolz und vor allem Stolz, dann Bösartigkeit, dann Gerissenheit, dann Hinterlist. Eine andere Bezeichnung, die unser Herr selbst für ihn gebraucht hat, ist Mörder. Jener war ein Menschenmörder von Anfang an und stand nicht in der Wahrheit, weil keine Wahrheit in ihm ist. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. Johannes 8, Vers 44 Das ist sein Charakter. Er ist ein Betrüger, ein Lügner, ein Einflüsterer, ein Mörder. Einer, der Gott hasst und der voller Gerissenheit und Stolz ist. Dann spricht die Bibel über die Werke des Teufels. Johannes sagt uns, dass Christus kam, um die Werke des Teufels zu zerstören. 1. Johannes 3, Vers 8 Was also sind seine Werke? Nun, sie zeigen sich in seinen Angriffen auf den Sohn Gottes. Sein einziges Ziel ist es immer, die Werke Gottes zu zerstören und sich selbst zu Gott zu machen. Daher ist die erste Handlung des Teufels, die uns in der Bibel berichtet wird, der Sündenfall des Menschen. 1. Mose 3 Wenn nun der ein oder andere daran zweifeln sollte, was eigentlich nicht richtig ist, ob sich 1. Mose 3 tatsächlich ereignet hat, dann werden sie ihre Antwort in 2. Korinther 11, Vers 3 finden, wo Paulus sagt, dass die Schlange Eva durch ihre List verführte. Und was der Teufel natürlich tat, war, dass er in Adam und Eva Feindseligkeit gegen Gott hervorrief. Hat Gott wirklich gesagt? 1. Mose 3, Vers 1 Der Gedanke, den er einflüsterte, war, dass Gott unfair sei, dass Gott sie unterdrückt. Er versucht alles, um die Rebellion gegen Gott zu wecken. Und weil Adam und Eva auf ihn hörten und fielen, wurde der Teufel zu dem, der die Macht des Todes innehatte. Ich habe sie bereits an die Aussage in Hebräer 2, Vers 14 erinnert. Es ist ein Vers, der schwer zu verstehen ist, denn letztlich ist die Macht über den Tod in den Händen Gottes. Seine Bedeutung scheint mir folgende zu sein. In dem Moment, in dem der Mensch auf den Teufel hörte, unterwarf er sich selbst der Macht und der Herrschaft Satans. Und dadurch wurde die Strafe des Todes über ihm ausgesprochen. Und der Teufel klagt sozusagen diese Strafe des Todes ein. Denn derjenige, der das Gesetz bricht, gehört automatisch dem Teufel und befindet sich im Machtbereich des Teufels, welches der Machtbereich und die Herrschaft des Todes ist. Nur in diesem Sinne hat der Teufel die Macht des Todes inne. Dann wird uns natürlich berichtet, dass er das Leben und die Aktivitäten aller Ungläubigen, alle, die keine Christen sind, kontrolliert. Unser Herr sagt, dass sie die Kinder des Teufels sind. Johannes 8, Vers 44 Und Johannes sagt, wir wissen, dass wir aus Gott sind und die ganze Welt sich in der Gewalt des Bösen, des Bösen als Person, befindet. 1. Johannes 5, Vers 19 Nach der revidierten Schlachter Dann beschreibt Paulus den Teufel in 2. Korinther 4, Vers 4 als den Gott dieser Welt, während er ihn in Epheser 2, Vers 2 als den Geist bezeichnet, der in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Wir haben auch gesehen, dass unser Herr ihn als den Starken beschrieben hat, der eine ständige Kontrolle über jene ausübt, die ungläubig sind. Wie tut er das? Nun, das Erste, was er tut, ist, dass er die Ungläubigen für die Wahrheit blind macht. Wenn aber unser Evangelium doch verdeckt ist, so ist es nur bei denen verdeckt, die verloren gehen. 2. Korinther 4, Vers 3 und 4 Und dieses Problem bleibt bis heute bei allen Menschen bestehen, die keine Christen sind. Sie sind verloren. Nicht, weil sie Wissenschaftler oder Philosophen sind. Nicht, weil sie sehr intelligent sind oder mehr gelesen haben als andere, die sich Christen nennen, sondern weil der Teufel, der Gott dieser Welt, ihren Verstand verdunkelt, sodass sie die Wahrheit nicht entdecken können und er es ihnen nicht erlaubt, zu erkennen, dass er sie vor ihnen versteckt. Das ist die Erklärung, warum es auch nur eine einzige Person in dieser Welt gibt, die nicht an Gott oder Jesus Christus glaubt. Das Zweite, was der Teufel tut, ist, dass er das Leben dieser Leute kontrolliert und bestimmt. Er ist der Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Im Leben des Gottlosen ist er der Vater der Lust, des Begehrens und des Bösen in jeder Form. Wenn er nun so an den Ungläubigen handelt, wie tut er es dann bei den Gläubigen? Die Bibel beschreibt ihn als unseren Feind, als einen, der immer und auf jede Weise gegen uns ist. Er ist außerdem unser Ankläger. Er ist im Wesentlichen der Ankläger der Brüder. Er klagt uns vor Gott an und uns vor uns selbst. Was tut er im Einzelnen? In Zacharia 3, Vers 1 lesen sie, Und er ließ mich den Hohenpriester Joshua sehen, der vor dem Engel des Herrn stand und der Satan stand zu seiner Rechten, um ihn anzuklagen. Daniel 10, Vers 13 berichtet uns, dass der Prinz des persischen Königreiches dem Erzengel Michael widerstanden habe. Paulus schreibt über den Engel Satans, der gesandt war, um ihn zu schlagen, um zu verhindern, dass er predigte und seinem Werk nachging, wie er es wollte. In 1. Thessalonicher 2, Vers 18 sagt Paulus, Deshalb wollten wir zu euch kommen, ich, Paulus, nicht nur einmal, sondern zweimal, und der Satan hat uns gehindert. Außerdem entmutigt uns Satan. Stets wartet er darauf, uns zu verschlingen, 1. Petrus 5, Vers 8, uns zu versuchen und uns zu täuschen. Siehe, der Satan hat euch begehrt, sagt unser Herr zu Petrus, um euch zu sichten wie den Weizen. Lukas 22, Vers 31 nach der revidierten Schlachter. Er führt uns in Versuchung mit seinen Schlichen, seinen Fallstricken, seinen feurigen Pfeilen, seinen Täuschungen und seinen Einflüsterungen. Er entfacht unsere Leidenschaften. Er beeinflusst unseren Geist. Er ist verantwortlich für die meisten unserer Launenhaftigkeiten, unserer Depressionen, unser Gefühl von Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung. In der Tat können sie dessen sicher sein. Jedes Mal, wenn sie sich mit sich selbst beschäftigen und dabei sind, auf ihre Schwächen, ihr Versagen, ihre Unfähigkeit oder irgendetwas anderes in sich selbst zu schauen, dann ist immer der Teufel im Spiel. Ich zögere nicht zu sagen, dass der Teufel Männer und Frauen dazu bringt, sich mit sich selbst zu beschäftigen, weil er weiß, dass sie nicht auf Gott schauen, wenn sie auf sich selbst schauen. Und so ruft er all diese Launen und Depressionen in uns hervor. Er beeinflusst sogar unseren Körper, woran ich sie bereits erinnert habe. Job 2, Vers 7, 2. Korinther 12, Vers 7 Er kann Beschwerden und Krankheiten hervorrufen. Er hat die Macht, dies zu tun und er macht Gebrauch davon. Wie schafft der Teufel, sein umfassendes Werk zu vollbringen? Einen großen Teil davon tut er selbst, aber er lässt sich auch viel durch seine Engel erledigen. Wir haben bereits gesehen, dass unser Herr von dem Teufel und seinen Engeln spricht. Matthäus 25, Vers 41 Und in 2. Petrus 2, Vers 4 lesen wir, Denn wenn Gott Engel, die gesündigt hatten, nicht verschonte, sondern sie in finstere Höhlen des Abgrundes hinabstürzte und zur Aufbewahrung für das Gericht überliefert hat, es gab bestimmte Engel, die ebenso wie Satan gesündigt hatten und Gott hatte sie verworfen. Mit anderen Worten, wenn in der Bibel Dämonen, Teufel oder unreine Geister genannt werden, sind zweifellos gefallene Engel gemeint. Jene Engel, die mit dem Teufel gegen Gott gesündigt hatten. Die Engel, die dem Teufel nachgefolgt sind, die ihren Herrschaftsbereich nicht bewahrt haben. Judas 6 Das sind die Engel des Teufels, seine Abgesandten, seine Helfer, die Instrumente, die er gebraucht, um sein Werk zu tun. Diese sind die Gewalten und Mächte und Weltbeherrscher dieser Finsternis, die Geister der Bosheit in der Himmelswelt. Epheser 6, Vers 12 All das sind gefallene Engel. Sie müssen gefallene Engel sein, denn was könnten sie sonst sein? Der Teufel kann nichts erschaffen. Er kann derartige Nachfolger nicht selbst ins Leben rufen, weil er selbst nur ein geschaffenes Wesen ist. Nein, die Dämonen oder die Teufel sind jene, die diesem geseibten Cherub nachgefolgt sind und von Gott verworfen wurden. Das ist in ihrem Kern die biblische Lehre vom Teufel und den gefallenen Engeln. Und wir werden mit diesem Feind konfrontiert. Aber wir können das Thema nicht beenden, ohne zu betonen. Wir dürfen niemals vergessen, dass die Macht des Teufels begrenzt ist. Sie untersteht Gott. Christus hat den Teufel in seinem Leben, seinem Sterben und seinem Auferstehen bereits unterworfen. Und wir als Christen sollten durch den Herrn fähig sein, zu widerstehen. Und uns ist das möglich. Denn Jakobus sagt uns, widersteht dem Teufel und er wird von euch fliehen. Jakobus 4, Vers 7 Wir sollten nicht geringschätzig von ihm sprechen und auch keine entgleisenden Anklagen gegen ihn vorbringen oder ihn gar als einen Witz betrachten. Nein. Aber in der Kraft des auferstandenen Herrn können wir widerstehen. Weil wir wissen, dass wir ihn besiegen können, können wir ihm widerstehen. In der Offenbarung wird uns berichtet, dass die Heiligen ihn überwunden haben um des Blutes des Lammes und um des Wortes ihres Zeugnisses willen. Offenbarung 12, Vers 11 Wie wichtig ist es, beide Seiten im Blick zu haben. Wir dürfen niemals flapsig oder respektlos und auch niemals tollkühn sein. Der Feind ist immer da. Aber genauso wenig brauchen wir unser Leben in feiger Angst vor ihm zu verbringen, so mächtig er auch ist, weil nämlich der, welcher in euch ist, größer ist, als der, welcher in der Welt ist. 1. Johannes 4, Vers 4 Daher, so wie wir uns der Wahrheit über den Teufel bewusst sind, wollen wir uns mehr denn je die Wahrheit über unseren Gott und über seinen Christus vor Augen halten. Untertitelung des ZDF,